So, der vorletzte Vortrag für heute, danach gibt es noch einen, das heißt, zwei müssen Sie noch, das kriegen Sie auch noch hin. Jetzt geht es um Open Layers 4 und ein Framework und ich bin gespannt, was uns da erzählt wird und von daher übergebe ich direkt das Wort und viel Spaß. Gut, vielen Dank auch von unserer Seite. Martin Dresen ist mein Name, ich vertrete die Firma Gegebses, ich habe mir einen Kollegen mitgebracht für den technischen Teil. Ich werde jetzt oder wir werden gemeinsam die BKG Webmap vorstellen. Ich habe mir erlaubt, vorhin noch eine Folie zum BKG einzufügen, weil es wahrscheinlich doch ein paar gibt, die nicht wissen, was das ist. Ich wurde dann gefragt, ist es jetzt Bundeskriminalamt, ist es nicht, deswegen werde ich da gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Die Folien sind natürlich dann auf der Foskis-Seite, wer die schon schneller braucht, da sind die auch runterzuladen. Also direkt zum BKG, das ist das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie mit der Webseite entsprechend, was für Aufgaben haben, die alles eigentlich was mit Kartografie und Geodäsie zu tun hat, auf Bundesebene. Das heißt auch dann letztlich den Aufbau der GDI.de, was federführend vom BKG gemacht wird. Dann Bereitstellung von amtlichen Karten, also alles was kleiner 1 zu 200.000 ist, dafür ist das BKG zuständig. Nebenbei oder darüber hinaus werden auch verschiedenste Kartenanwendungen entwickelt. Ich glaube recht kürzlich gab es den webatlas.de, der auch groß veröffentlicht wurde und wo es auch relativ viele Pressemitteilungen zu gab. Ein weiteres Projekt werden wir jetzt vorstellen. Leider nicht wie ursprünglich geplant mit einer Live-Demo der neuen Version, die ist nämlich noch nicht fertig. Das wird noch etwas dauern, aber nichtsdestotrotz schon mal einen kleinen Überblick, was diese BKG-Webmap ist und was es da so für Funktionalitäten gibt. Hier ist also ein Link schon mal, denn die BKG-Webmap gibt es bereits in einer Version, ich glaube seit 2012 und das ist die Webseite dazu. Es gibt relativ viele Materialien, wenn man da so unten rechts guckt, also das ist ein Screenshot von der Webseite, sind da auch alle möglichen weiteren Materialien. Es gibt eine sehr umfassende Dokumentation auch und da wird dann natürlich auch die zukünftige Webmap dann zu finden sein. Ich rufe den Link jetzt mal nicht auf, wir werden einfach jetzt mal auf die Funktionalitäten hier gleich näher eingehen. So, was ist die BKG-Webmap eigentlich oder warum noch eine weitere Webmap? Wir haben gerade schon ein schönes Beispiel gehört. Ich sage erst mal dazu, was die BKG-Webmap ist, also jetzt in der noch aktuellen Version, die auf der Open Layers 2 Version aufsetzt. Die neue Version wird dann Open Layers 4 sein, ist unter der BSD-Lizenz veröffentlicht, also diese aktuelle auch noch auf der Webseite Version ist die 0.12.3. Wie gesagt, wir arbeiten daran, dass es schnell eine höhere Nummer wird und dann auch mit dem Open Layers 4 Framework als Basis dann ist. Also es ist ein JavaScript-Framework zur Erstellung interaktiver Karten und der Fokus oder das Wichtigste eigentlich daran, worum es hier geht, ist, dass es möglichst einfach zu verwenden sein soll, also dass die Nutzer sowohl intern beim BKG, aber auch extern, so ist das Ziel, dass es auch noch ein paar mehr nutzen als nur die BKG-Mitarbeiter, dass es da eben sehr einfach zu verwenden ist und man keine JavaScript-Kenntnisse braucht oder nur sehr geringe Kenntnisse und eigentlich die auch über die Dokumentation bekommt. Also die Einfachheit steht im Vordergrund. Die JavaScript-Bibliothek also, es ist kein Viewer, es ist kein fertiger Viewer, obwohl es Beispiele gibt, die man direkt verwenden kann, also wo direkt vorgefertigt auch Dienste des BKGs eingebunden sind, die man dann direkt in eigene Web-Anwendungen integrieren kann. Es ist also noch eine API, man kann die entsprechend konfigurieren, also ich kann genau definieren, welche Funktionen, die bereitgestellt sind, ich da noch integrieren möchte. Also Zoom-Funktionen sind Standard, das ist klar, aber wenn ich noch weitere Abfragen machen möchte oder ich möchte einen Layer-Tree haben, wo ich filtern kann oder auswählen kann, dann sind das Funktionen, die ich mir über eine Konfigurationsdatei zusätzlich noch integrieren kann oder diese aktivieren kann letztlich, denn die sind grundsätzlich schon enthalten. So, warum jetzt eine neue? Das ist das, was wir, wo wir das BKG auch unterstützen gerade, wo wir dabei sind. Zum einen natürlich ist OpenLayers 2 etwas veraltet und man müsste da mal aktualisieren. Das hat aber auch noch einen ganz entscheidenden anderen Grund, einen sehr wichtigen, dass OpenLayers 2 eben nicht responsive ist und damit auch keine mobilen Geräte unterstützt und deswegen soll hier dringend eben eine neue Version dieser Webmap entstehen. Überhaupt auch ein neues Design zu integrieren, moderneres Design, wir werden gleich ein paar Beispiele davon zeigen. Noch ein weiteres Thema. Es soll eigentlich noch mehr vereinfacht werden gegenüber der Version, die wir jetzt gerade haben. Da ist die Konfiguration im Code. Also man muss letztlich schon den Code aufmachen, um die Konfiguration anzupassen. Das soll sich jetzt auch ändern oder wird sich ändern. Die wird in eine eigene Konfigurationsdatei, in eine JSON-Datei geschrieben und dann ist es wesentlich einfacher Anpassungen vorzunehmen und man muss noch weniger mit dem JavaScript-Code letztlich hantieren. Vorteile. Wir haben sehr viele der Funktionalitäten, die in OpenLayers sind, hier vorliegen. Die sind gekapselt letztlich und man kann als Anwender ganz einfache Befehle verwenden, um dann eine entsprechende Karte anzupassen oder die überhaupt zu erstellen. Und es gibt eben eine sehr, sehr umfassende Dokumentation dazu, sodass man wirklich eigentlich komplett ohne Programmierkenntnisse auch mit der BKG-Webmap arbeiten kann. Das ist also das Ziel letztlich auch der Anwendung. Es gibt, wenn wir jetzt gucken, wie kann ich jetzt so eine Karte erstellen? Was für Möglichkeiten gibt es? Einerseits habe ich weiterhin auch die Möglichkeit, das über die Programmierung zu machen, also letztlich im Code entsprechend Anpassungen vorzunehmen oder aber ich mache das über eine Konfiguration. Wir zeigen gleich ein Beispiel, wie so eine Konfigurationsdatei aussieht. Ich kann letztlich auch beides miteinander mischen. Teile über die Konfigurationsdatei machen oder andere Teile auch letztlich in dem Code anpassen, gerade dann, wenn ich vielleicht Open Layers Funktionalitäten mit integrieren will, die nicht enthalten sind in der BKG-Webmap. Grundsätzlich eben geht es darum, dass man möglichst wenig HTML oder auch JavaScript-Kenntnisse haben muss, um eine solche Karte zu erstellen. Hier ist mal ein Beispiel für so eine Konfigurationsdatei. Man sieht, wie relativ einfach, es gibt auch entsprechende Vorlagen für solche Dateien, sodass man verschiedene Karten auch vorgefertigt dann einfach schon verwenden kann. Man sieht, es ist auch in der Dokumentation im Übrigen gut beschrieben, wie man hier Anpassungen vornehmen kann. Das ist sehr, sehr einfach. Ich habe eine Description, ich habe den Namen der Anwendung, ich kann Versionsnummern vergeben und habe dann entsprechend URLs, die ich integriere von einzelnen Werkzeugen. Man sieht, hier ist die Suche eine Funktion, die hier integriert werden soll und es gibt eben noch weitere Sachen, die ich definieren kann. Ich kann das Koordinatensystem entsprechend definieren und so weiter. Das ist jetzt für die Suche hier, aber ich kann das genauso auch anpassen, je nachdem, was mir da die Dienste bereitstellen oder was ich da für individuelle Datensätze zur Verfügung habe. So, jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, der wird zum Schema der BKG Webmap und zur Konfiguration was sagen. Ja, ich will also über das Schema reden und die Konfiguration. Also im Endeffekt gibt es zwei Teile des Schema. Das kommt von unserer Seite. Wie soll das Ganze aussehen? Was ist verfügbar? Was kann man einbinden? Und dann die Konfiguration für den User, für die User, um dann eigentlich zu bestimmen, was ist wirklich drin? Welche Dienste, welche Daten und so weiter und so fort. Erstmal zum Schema. Das ist das Technischere, würde ich sagen. Wie gesagt, das Schema beschreibt, wie die Konfiguration auszusehen hat. Das ist eigentlich nur ein JSON. Also ein relativ großes JSON, wo ganz viele Elemente definiert werden, die im Endeffekt drin sein sollen in der Anwendung. Und dann kommt die Konfiguration, auf der basiert dann eigentlich die Anwendung, die der User anhand dieses Frameworks erstellt. Wie gesagt, ich kann ohne Canister, ohne große Canister, ohne JavaScript-Programmierung kann ich so eine Anwendung erstellen. Das heißt, ich nehme diese Konfiguration, ich gebe ein paar Parameter ein, was benutzt werden soll und die werden nachher geladen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel von diesem Schema, wie das gerade aussieht. Das wird eventuell noch leicht angepasst. So kann das Schema aussehen. Das wurde hier visuell dargestellt, anstatt jetzt direkt die JSON natürlich. Und ich will auf ein einzelnes Element jetzt kurz eingehen, dass man das ungefähr sieht, wie der User sich das auch dann anschauen kann, um zu verstehen, wie dann die Elemente eingegeben werden. Und wir schauen uns hier die Layer ein, weil die Layer sind natürlich fast am interessantesten, was kann ich überhaupt einbinden in der BKG-Webmap. Also wir gehen auf den Punkt ein, die Layer. Man sieht sofort, die Layer sind ein Objekt, also geschweifte Klammern für die, die eher hier programmieren. Wir gehen da rein und jetzt sehe ich, dass das Objekt verschiedene Sachen enthalten kann, verschiedene Layer. Das werde ich nachher nochmal erwähnen. Ich gehe jetzt nur mal auf den Marker ein. Marker ist, wie gesagt, einfach ein Punkt auf der Karte oder mehrere Punkte eventuell. Auch hier sieht man, der Marker oder die Marker werden ein Objekt sein, also eine Sammlung von einem oder mehreren Markern eventuell und die auch jedes Mal werden als Objekt abgelegt werden. Schauen wir uns das Objekt jetzt an, sehe ich, dass auch da mehrere Sachen eingeben werden können, unter anderem Koordinaten, das Interessantere in diesem Falle. Und die werden über let und long eingegeben. Also ich habe zwei Keys, zwei Properties, let und long, da gebe ich die Koordinaten ein und das werden im Endeffekt Punkte sein, die ich dann lade. Das heißt, anstatt jetzt eine Open Layers Funktion zu schreiben, über ein Format, über ein Vektor, das alles anzulegen, gebe ich einfach irgendwo diese Koordinate ein anhand von dieser Struktur und dann wird das im Endeffekt dargestellt. Genau, und hier, so könnte das dann nachher aussehen für den User. Das haben wir vor ein paar Minuten schon gesehen. Ich habe eine relativ lange Config. So, wenn ich jetzt zwei Layer einbinde, wären das so 300 Zeilen. Also es ist schon ein bisschen länger, aber ich muss nicht mehr viel programmieren halten. Das ist halt der Zweck der Anwendung. Genau, dann haben wir auch eine Validierungsmöglichkeit. Wir können das validieren, das Schema oder nachher natürlich auch die JSON. Also ich könnte jetzt so eine Konfiguration erstellen mit allen möglichen Lernen, mit allen möglichen Daten und dann validieren lassen. Funktioniert das, gibt es einen Success, dann ist man zufrieden, dann kann man es so benutzen, dann wird, wenn das auf dem Server liegt, direkt eine Anwendung erstellt. Es können aber auch Probleme geben. Einerseits könnte das so etwas sein wie ein fehlerhaftes JSON. Ich habe ja die Opacity hier, die Transparenz will ich anpassen, habe da Hallo reingeschaut. Entschuldigung, macht natürlich keinen Sinn. Hallo ist natürlich kein Wert. Der Fehler dieses Mal ist aber gar nicht der Wert, es ist einfach nur die Struktur. Da sollten doppelte Anführungszeichen benutzt werden, also Double Quotes. In dem Fall sind es einzelne. Das entspricht nicht dem, wie das Schema aussehen soll, also ist das ein Fehler. Jetzt benutze ich doppelte und jetzt sehe ich das immer noch ein Fehler, das ist ein Error. Und zwar in dem Fall habe ich einfach einen falschen Datensatz zugewiesen oder eine falsche Value. Opacity Hallo gibt es nicht. So kann ich also alles prüfen, ist das alles richtig und bevor ich überhaupt jetzt im Browser versuche zu refreshen und anzupassen und sehe, ob das geklappt hat. Genau, das war es kurz zum Schema, zu der Config und jetzt mal zu den Funktionalitäten, was die Map überhaupt kann oder können soll. Ich muss ja nicht alles immer einbinden. Hier ist eine Liste mit verschiedenen Funktionalitäten, die werde ich jetzt nach und nach kurz erwähnen. Ja, Standard Navigationsleiste, das gibt es eigentlich in jeder Webmap. Ich kann reinzoomen, ich kann rauszoomen, ich kann auch zu dem Previous oder Next Extend springen und ich kann einen Vollbildmodus benutzen. Ich sehe auch zu jedem Zeitpunkt, auf welcher Zoomstufe ich bin. Ist halt informativ, ist gut, dass Sie wissen. Genau, Abfrage von Lernen und Diensten, wenn ich den WMS einbinde, kann ich den WMS mit dem Get Feature Info abfragen. Ich klicke einfach und dann bekomme ich die Informationen über den Server natürlich, der fragt nochmal den Server an. Wenn die Daten aber im Browser sind, also nicht der externe Dienst jetzt, also WFS, CSV, XLS, die ich hoch lernen kann oder einbinden kann, die sind direkt die Geometrien im Browser, die Attribute auch. Brauche ich nur darauf zu klicken, wird es live im Browser abgefragt. Also gibt es einen Unterschied zwischen, wird es vom Server abgefragt, von einem Dienst oder wird es direkt im Browser abgefragt. Genau, ich kann auch dann mit dem Rechtsklick, genau, Attribute dann abfragen, dafür jeder mit dem Rechtsklick dann oder auch die Koordinaten, die ich dann auch nochmal kopieren kann. Dann weiß ich an welcher Stelle, an welcher Stelle ich gerade hingeklickt habe. Suche, wird es eine Adresssuche geben, auch Koordinaten, ich kann direkt Koordinaten eingeben. Da habe ich jetzt kein Bild hiervon, aber das ist relativ selbsterklärend. Massen, ja, Linien, Flächen und Punkte, das haben wir gerade gesehen, dass dieser Rechtsklick, ich bekomme eine Koordinate, ich sehe genau, wo ich hingeklickt habe. Hier ein Beispiel für eine Area, eine Fläche, ich digitalisiere schnell ein Polygon und dann sehe ich hier einen Quadratkilometer in dem Falle, wie groß die ist. Bei der Linie wäre es dann ähnlich, da sind es halt Kilometer anstatt Quadratkilometer. Genau, das wäre die Messfunktion. Es gibt auch eine Digitalisierungsfunktion. Messen ist einerseits schon Digitalisierung, aber ich kann auch direkt ein Layer erstellen, das ich nachher exportiere, runterlade, Info anders einbinde. Polygon, Linie, Punkt, die drei Hauptgeometrien halt. Und ich kann aber auch direkt, anstatt zu digitalisieren, kann ich direkt bestehende Daten einbinden. Schauen wir uns die kurz an. WMS, jeder WMS kann eingebunden werden. Dienste des, also BKG ist ein eigener Datentyp. Das sind einfach Dienste vom BKG direkt, was auch WMS, WFS sein kann natürlich, aber das Konstrukt ist ein bisschen anders, also die Parameter sind eventuell leicht anders. Genau, WMTS, WFS, Marker, da habe ich ja schon ein Beispiel gezeigt. CSV, XLS, ich kann auch direkt eine ganze Datei von vielen Daten laden, hauptsächlich Punkte dann meistens. Ja, und GPX, GPX-Dateien kann man auch laden. Und ich könnte auch eine Group anlegen. Group wird einfach nur verschiedene Datensätze gruppieren. Also ich könnte jetzt ein WMS und ein Marker und eine GPX als einen Layer zusammenfügen. Und dann würden die in der Table of Contents der TOC gruppiert werden. Das sieht man hier. Das sind die Hintergrundkarten und dann die Overlays. Und unter den Overlays sehe ich dann noch mehrere Optionen. Zum Beispiel könnte ich bei einem hinzugeladenen Layer die Farbe anfassen, eventuell das Icon. Beim Marker macht das Sinn. Und natürlich die Transparenz. Es steht gerade hier Sichtbarkeit, also die Opacity. Und ich kann sogar die Ebene höher schieben oder runter schieben, demnach wie ich die Layer darstellen möchte. Und natürlich alles, was ich hinzufüge, darf ich jeden Moment entfernen. Genau, Legende zum WMS wäre natürlich auch drin. Wenn ich ein WMS einbinde, will man ja öfters auch dann die Legende sehen. Die wird natürlich auch übertragen und die wird auch direkt im Menü dann angezeigt. Ich kann auch den, das digitalisierte Layer, haben wir ja gesehen, dass ich digitalisiert habe, das kann ich exportieren. Ich könnte das runterladen oder ich kann auch das, also oder den ganzen Stand speichern, die Anwendung mit der Koordinate, wo ich die gerade geöffnet habe. Wenn ich jetzt den Link teilen will, dass jemand sich den Stand anschaut, kann ich jeden Moment machen. Kann das auch drucken, Druckfunktion, ich will einfach schnell ein PDF von meinem aktuellen Stand mit den aktuellen Daten oder was auch immer ich gerade in der Anwendung gemacht habe. Und das war es zu diesem Zeitpunkt auch schon. Ja, wenn es Fragen gibt, bitte Bescheid sagen. Ja, danke für den Vortrag. Gibt es denn Fragen aus dem Plenum? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen. Das, was ihr bis jetzt gemacht habt, ist noch nicht ganz fertig, aber gibt es das schon bei GitHub oder kann man sich das irgendwo anschauen, euren Entwicklungsstand? Wir haben das gerade bei uns privat in unserem GitLab. Das wird, wenn es fertig ist, dann erst bereitgestellt. Das kann man natürlich dann auch pullen und anpassen, ja. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es halt noch nicht fertig ist, ja. Okay, super, danke.